Moin ihr Baggerlooten und herzlich willkommen zurück bei Looter Kings und der Chaos-Truppe so weit wie noch nie. Willkommen, Krollpaukerin Emo und... Und ich hab außerdem hier eine Looter Kings Gamescom-Eintrittskarte gefunden oder sowas. Ach, das war die Autogrammwarteschlange. Das jetzt versteh ich hier. Guck hier, wenn ich in zwei Stunden, vier Stunden, da hat jemand beim Warten... Ja, ja. Aber ich glaub, da stand nur einer und der war ein bisschen zu doof. Wie bewege ich mich doch mal? So. Aber so weit, glaub ich, war noch nie jemand. Ich glaub auch, das Spiel... So weit haben die eigentlich nicht gedacht, dass es sich lohnt zu programmieren. Das kann angehen. So, warte mal. Wo war das denn jetzt? War Fernkampf, oder? Oh, Erbe des Trauzeugen. Eine Zeremonienmaske von Grrk den Grrk. Herzlichen Glückwunsch. Nice. Plus eins. Eins. Richtig. Nice. Aber das ist jetzt auch das Beste, was ich bislang haben kann. Also was Besseres geht nicht. Guckt euch meine Todeswaffe des Todes an. Moment. Du darfst nochmal. Hier. Ich darf nochmal. Warte mal. Ich komm, ich komm. Was ist das denn für eine geile Waffe? Das muss man schon zelebrieren, das Heim. Kreissägen-Ding. Was ist das denn für eine üble Maske? Ja, das ist die Maske von Grrk dem Grrk. Hey, Jungs. Ähm. Wollen wir weitermachen? Ja, bitte. Was, 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 was das Schlimme ist? Warte mal, wie viel Schaden mache ich? Ich mach jetzt 81 Schaden. Lass mich jetzt reden. Hallo. Immer noch diese scheiß Anfangswaffe. Immer noch. Ich bekomme auch keine neue Waffe. Aber sag mal, was... Brauchst du, fehlt dir Geld? Nee, nee. Ich bekomm sie nicht, weil ich nicht aufsteige vom Level her. Dann musst du die Bobbelt einsammeln. Die Erfahrungsbobbelt. Was bist du jetzt für ein Level? Fünf. Oh. Aber... Fünf ist doch... Gibt's doch schon ein paar ganz coole Waffen. Ich bin jetzt auch gerade sechs geworden. Ich hab keine Waffen. Ich bekomm immer nur Rüstung und so einen Scheiß. Ich glaub, das ist random, wie das ausgewürfelt wird. Ich weiß das nicht. Ich möchte dafür das ganze Gold weg. Ist mir egal. Um dir nochmal die gleiche Rüstung zu kaufen? Goblin mit Hut. Ist mir egal. Oh Gott. Ratten. Überall Ratten. Lasst mich mal raten. Das sind Ratten. Oh, come on! Das war jetzt aber auch dein Ulti, oder? Ja, ja. Das war das Beste, was ich raushauen kann. Das war's. Mehr geht nicht. Und der hat dann auch einen Cooldown von zehn Minuten. Ah, nee. Von zwei Jahren. Realer Cooldown. Von zwei Jahren. Warum sollte man niemals mit Jesus spielen? Der braucht drei Tage zum Respawn. Witzig. 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 Geht nicht, bitte. Soll ich euch einen Witz erzählen? Da geht doch das Fenster. Soll ich euch einen Witz erzählen? Ja, bitte. Bibis Song. Nee, Entschuldigung. Das ist einfach nichts zum Lachen. Ja, witzig doch. Ich hab ihr bis jetzt noch nicht gehört. Da gibt's allerdings tatsächlich von Rumpel eine superwitzige B-Roll-Version. Ja, ja, hab ich gesehen, ja. Ich find die so gut. Angucken. Ich kenn auch diverse Parodien davon, aber das Original hab ich bisher vermieden. Achso, da hast du nichts verpasst. Ja, nachdem ich meine Musik immer alles quasi normal, legal gekauft downloade, heißt es ja, wenn ich mir dieses Lied anhören würde, würde ich dir dafür Geld kriegen. Ähm, 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 äh, ich bin Groot. Ich bin Groot! So, jetzt konzentriert sich. Ich hab keine Ahnung, wie die Phasen sind. Denen seh ich das alle erst... Okay. Wow. Der hat schon... Du, da kommt auch was anderes nach. Gott. Bin ich nervös. Oh Gott, scheiße, hab ich... Oh Gott, ich bin... Ich bin woanders. Frau von Brokerin, aufsteigen. Ungefähr 30% Damage. Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Und der kriegt auch immer wieder neue Rüstung. Wo, 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 wo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Oh, nein. Zauberfähigkeit einsetzt, alle Fähigkeiten einsetzt, gell? Ja. Fuck. Ah shit, jetzt ist er herwischt. Mensch, ich bin auch tot. Ach nee, doch nicht, ich war... Nur, Alter, ganz kurz, ich muss hier ganz kurz, äh... Da liegen noch Pilze rum. Pilze, 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 Pilze. Oh, warte, warte, ich guck mal, ich hab noch den Pilzen. Nein! Macht ihr mal weiter. Er ist tot, er ist tot. Ja! Okay, super, 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 super. Vielleicht kann man mich ja immer holen. Ja, ich hol dich. Ah shit, ich hab's auch, Vorsicht. Ah shit, nee, oder, oder macht er jetzt mal Platz? Ja, ich glaub, du macht die Platz. Ah, ich hab hier einen Pilz, auf den ich kann. Ja, ja, dann kannst du das schlicht hier ohnehin auf. Ja. Ich bocke dich der, oder? Ich bin wieder in Modern Talking-Welt. So nervös. Na, das war ein Fehler. Ach shit, nee, 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 nee. Wir dürfen jetzt hier nicht versagen, Leute. Nein. Das wär einfach nur bitter. Guck mal, hier, hier ist fast down. Äh, hier bei mir. Ich hab keine Ahnung, ich seh eigentlich die ganze Zeit auch nix. Ich seh nichts, ich bin, ich bin die ganze Zeit in der Anderswelt. Ja, das ist, ich glaub echt, schalt erst mal auf uns und dann guckt, dass ihr da übernimmt. Genau, macht erst mal, tut erst mal alleine. Alter, Game Maker! Ihr habt die fast down, die Zauberer. Der nächste. Ja. Super. Junge, Junge. Yippie. Oh, Lut, Lut, Lut. Einfach nochmal, ich hau hier nur auf, Lut, 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 Lut. Ja, auf irgendwas anderes. Kann ich, kann ich da auch was anderes nämlich bekommen, also, ähm, oder verliere ich da meine Heldenfähigkeit? Das weiß ich nicht. Nee, die verlierst du, wenn du deine Klasse änderst. Genau, die Heldenfähigkeit hängt an der Waffe. Oder an der Waffenart. Ja. Ich hab jetzt 39% Crit-Chance. Alter. Das ist einfach nur mega übertrieben. Weiter, 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 weiter. Ich will jetzt nicht mehr weitergehen. Jetzt sind wir heiß! Bei Schaden 53, das läuft. Hier ist ein Pilz für jemanden, der noch braucht. Ich? Ja, ich. Achso, sorry. Ist egal wer. Irgendjemand. Nimm mal, nimm mal einfach. Ja. Danke. Boah, verdammt hab ich viel Looter. Oh, das ist eine echt tolle Waffe. Hier ist noch ein Pilz, wo ich stehe. Achtung, 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 Achtung. Ganz viel Erdzauberer. Ja. Vielleicht sollten wir einen fokusen. Ja, es ist halt immer ein Problem mit allem. Wirklich, ich helfe dir hier. Keine Sorge, ja? Problem ist halt, man kann halt keine Markierungen oder so. Hier ist ein Pilz, Jack. Komm. Ja, ich bin noch an sich relativ voll. Ne, es geht. Der füllt dich auch nicht ganz auf. Also komm, nimm. Ja. Lieber nehmen und überleben als nicht nehmen. Und, ja. Aus falscher Bescheidenheit. Ja, das Sterben. Okay, ich bin sowieso nicht Bescheidenheit. Also, boah, kackig. Bescheidenheit ist mein zweiter Vorname. Meine ist Gertrude. Ja. Ja. Ist auch nid. Ja, mein zweiter Vorname ist Gefahr. Okay, das ist deiner Pauke, Rinn. Äh, ich bin zu konzentriert. Ich kann mir das gar nicht denken. Ach so. Das ist okay. Denken wir doch überbewertet. Meine Eltern hatten nicht genug Geld für zwei beiden Namen. Hahaha. Hahaha. Bettler. Hahaha. Level up. Äh. Hahaha. Ich bin immer schlimmer hier. Echt. Gar nicht. Ah, krank. Nicken. Oh, kackig, ich seh wieder nix. Mann. Wo ist der Pugel jetzt? Du kannst nicht draufbleiben. Auto. Ich seh nix. Ist das kaputt gegangen? Ich brauch, ich brauch Erfahrung. Ich auch. Extrem. Du bist doch der, der von einem. Ich brauch nur Liebe. Du brauchst nur deine Erfahrung. Ach, mehr ruf ich gar nicht. Ich brauch doch nur ein bisschen Liebe. Hier ist ein Pilz. Glaube ich, ein guter. Für Paukerin. Warte. Die braucht. Ja. Hier bei mir. Oder du kannst mich auch besteigen. Ich würde besteigen. Geh du mal besteigen, ey. Ich hab mein... Ey, du hast mir ein Pilz ge... Ja. Du hast mir ein Pilz ge... Wie drauf ihr seid. Wie will krass. Es reicht trotzdem nicht, um die Karte zu gewinnen. Nee. Haben wir uns gerade beide beworfen? Nee, ich hab nicht geworfen. Weiter gehen. Weiter geht's, Leute. Weiter gehen. Weiter gehen. Ja, wir kommen doch schon. Na ja, wir wollten nur noch mal eine Runde spielen. Naja. Eure dreckigen, schmutzigen Spielchen. Ist ja gut, ist ja gut. Kleiner Raum, Leute. Kleiner Raum. Eigentlich müsste ich nochmal zum Shop. Ich hab irgendwas Neues bekommen. Ich geh. Ich geh. Geht auch nicht. Wir sind mehrere Pilzen. Dann nimm ich den. Hier sind mehrere. Aha. Ach, da geht's... Da geht's vielleicht direkt weiter. Da ist gar nicht... Anscheinend. Hier passiert nix. Und nix. Doch, jetzt. Wackierer, die, ratierer, die. Oh, okay. Oh, scheiße. Ungetroffen. Oh, yeah, 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 yeah. Ah, schon wieder diese andere Welt. Ja, ich auch. Modern Talking-Welt. Ich hol's halt einfach nur rauf, wenn ich nichts sehe. Die, 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 die Polenwälder. Oh, was war denn das für ein geiler Ulti? Kilo. Mein Rollrad? Das Kettensägenblatt der Zerstörung. Ja, das ist ein bisschen awesome, oder? Ja. Puh. Oh, ich bin hier durchgängig nur noch. Hast du so einen harten Kolben? Also, ich mein, so einen harten... ...heil ich jetzt, also... Ausdauer meinst du? Ausdauer! Ja, haha. Ich bräuchte mal eine Ladung, äh, Heilung. Ja, warte, ich bin's gewohnt. Ich seh die nur noch nicht. Ich bin gerade noch. Wohin willst du sie haben? Wo bist du? Wo bist du? Äh... Auf mein Health-Bahn. Den abhauen, der Sack! Und dann können wir derweil ja noch ein bisschen hauen. Ach, kack. Jawoll! 125 Schaden. 200 Schaden. 240. Du hast ein Level-Up gemacht. Herzlichen Glückwunsch! Yeah, endlich mal wieder. Ja, läuft! Läuft wie geschmiert. Eine geschmierte Stulle. Ei, 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 es sind schon wieder drei. Ei, ei, ei. Ja, es wird ja auch ein bisschen fordernd hier. Aber das ist gar nichts so schlecht. Zu zweit machen wir ja doch über 200 Schaden beim Gebenschlag. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich bin die ganze Zeit... Ja, ja, wir sind ja Thomas Anders-Wels. Ja, ja, ich auch. Also einfach laufen und ich hau die ganze Zeit. Das sehen wir dann schon. Jetzt... Du hast was getötet. So, jetzt kommt. Hier machen wir auch noch Platz. Hey! Ich seh's halt nicht. Ich heu's halt einfach rein und hoffe, dass das klappt. Ja. Aber ich hab grad gesehen, wenn wir gestapelt sind und ich benutze meinen Skill für diesen Geist... Ja, der Geist ist auch stärker. Nee, es kommen auch zwei davon. Ich hatte auch einen. Ich hatte auch einen draußen. Ja, ja, aber weil ich auf dem Crow drauf saß, hat der Crow dann auch einen bekommen. So wie ich halt auch seine Heilung krieg. Ah, okay. Throw. Yo. Da bin ich. Go, yo. Wieder mal. Wieder mal. Bro, yo. Hast du einen Flow? Ist das zu slow? Ah, ha. Das sind Pilze. Warte mal. Oh, fuck. Braucht mal. Ey, die machen so viel Schaden bei mir. Es ist unfasslich. 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 Oder auch unglaubbar. Unverstehbar. Oh, fuck. Oh, fuck. Kennt ihr das, wenn man so irritiert ist, wenn man einen Satz anders beendet, als wie die Leute es erwartet, Kartoffel? Nein. Ach, komm schon. Der ist so alt, der hat einen längeren Bart als ich. Das könnt ihr doch nicht witzig finden. Geilzeitchen, 100. Ey, du hast doch gar keinen Bart, oder? Ein Bart? Oh. So guckst du meine Videos. Blum. Also, mini Bart. Ja, das ist ja kein Bart. Das ist ja ein... What? Das ist kein... Also, Leute. Das ist ja... Ich sage jetzt nichts. Nee, den Bart hat er sich wachsen lassen, damit er mit dem Ausweis seiner Mama in die Disco kommt. Oh, mein Gott. Der braucht Heilung, Frau Parkerin. Wie sieht's aus? Ja, ich auf jeden Fall. Das war halt mal schon mal gar nicht mehr nett. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich muss mal kurz hier... Ich bräuchte den Pilz, die ist mir gut. Oh Gott. Ich bin echt down. Okay, ein Kill, aber ich habe ein leichtes Problem mit meiner... Oh, Frau Parkerin ist down. Ja, irgendwas kaputt. Aber ich sehe halt nicht was. Ja, ja, versteig mich. Geht mal zu zweit, vielleicht geht's doch besser. Versucht wirklich, die Lobops hier zu fokussen. Es geht nicht, es geht nicht, weil Frau Parkerin tot ist. Nee, ich meine, die, die halt hier quasi nix... Was ist denn hier? Ja, ja, dann machen wir. Wir versuchen es ja. Oder ich bin in Anderswelt. Ich kann einfach nur rumhauen. Ich halt auch. Oh Gott, da... Ja, ich habe das Rote gesehen, aber es nutzt nix. Ich sehe halt echt nix. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Ich kriege mal so viele Gegner. Hier ist der Gegner, wo ich bin. Ja. Aber ihr seht mich auch nicht, oder? Ja, ich seh mich auch nicht, nee. Ja, das ist du. So, ich habe dich. Dankeschön. Was sind noch Leute? Hier ist noch einer. Oh, ich muss mir echt so ein Skript laden für Dauerclick. Fingerhaut. Ich glaube, wenn ich gedrückt halten... Oh, draufhalten. Kannst du nicht gedrückt halten? Proflick. Proflick. Ah, ich kann auch gedrückt halten. Ja, ja, du kannst gedrückt... Das hast du mir auch erst vor zwei Folgen aufgefallen. Ihr seid so super, ey. Du hast das nicht gewusst, oder was? Können wir bitte weiter? Wir haben hier einen Job zu erledigen. So. Gehen kaputt. Danke. Kaputt. Ich habe dich nur immer so hinten. Crow, Crow, Crow. Genau. Leute, das ist der nächste Aufzug. Was ist hier denn kaputt mit euch? Gibt es denn überhaupt noch höher? Weiß ich nicht. Also ich würde jetzt sagen, wir kommen jetzt Richtung Elfenkönigin oder was hier so. Entgegner. Rauf, rauf, rauf. Oh, guck, guck. Will das jetzt 10? Da ist noch ein Loot. Ein Looterisch. Eikaramba, ich bin ja total, ich bin ja aus dem Tü-Tü-Tü. Was auch immer ich damit sagen wollte. Du hast ja den Tü-Tü-Tü ausgezogen. Pilze gefressen. 14 Stück. 14 Stück. Der Schwammerkönig. Boah. Wir dürfen dich aber jetzt den Schwammerkönig nennen. Mit 14 Pilzen. What the fuck? Die ist voll drauf. Oh, da stand gerade Elf is killing you. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man so viele Pilze fressen muss, damit man nicht ständig stirbt. Oh. Haben wir eine Karte dafür gekriegt? Ja. Naja. Stimmt. Aber habt ihr das gerade gehört? An dem Aufzug war ein Banner, an dem stand drauf Elf is kill you. Oh, that's not good. Was ist das denn? Der Boss? Der Endboss? Oh, oh. Sieht zuhause. Hey Leute, ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Na klar, ich bin... Oh, es gibt noch einen Job hier. Oh, Gott sei Dank. Wir hatten hier ein Level. Ich hab die Hose des Küchenjong. Die Hose des Küchenjong. Ich hab Haufen Loot, aber ich kann nichts kaufen. Ich hab Gold. Oh, ihr seid schon weg. Oh, schön. Gold hätte ich auch. Also ich hab 716 Gold für euch. Ich hab 378, aber ich kann mir nichts kaufen. Ich hab 444, aber ich hab alles gekauft, was ich quasi kaufen kann. Ja, ich bin auch maximal ausgerüstet. Aber ich muss mich auf jeden Fall nochmal voll healen. Eigentlich alle, oder? Ja, steck auf. Das müssen wir jetzt tatsächlich vorher mal... Liegen hier noch Pilze oder so? Nee, ich glaub Pilze... Die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Ja. Aber ich glaube, hier hinter ist Endkampf. Ja, ich denke auch. Das hab ich noch nie gesehen. Noch nicht mal im Let's Play oder so. Also das ist schon... Ich bin gerade sehr erregt. Der Endboss. Ich glaube, ich glaube... Das ist das erste Let's Play-Team, das das schafft. Ich bin der Endgegner. What? Ich bin auch gerade sehr erregt, muss ich ehrlich sagen. Okay. Man sieht's an deinem Blick. Ja. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Sandwich mal anders. Oh Gott. Du hast schon, dass er schon drei Tage nicht mehr duschen war, vorher am Klo warst. I don't fucking care! Heil mich! Heil mich! Ja. Ich musste ein letztes Mal auch noch drauf. Heil mich, du Sklave. Hey, follow me! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Danke! So, Leute! Glück ist bereits. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Oh, ich bin aufgeregt. Oh, ich auch ein bisschen. Habt ihr die Party und die Party... Es war mir jetzt schon eine Ehre, mit Ihnen heute Nacht hier gespielt zu haben. Lasst mir doch meine Verhaltenfähigkeit aufladen. Jetzt habt ihr kurz. Ja. Jetzt gleich. Kurz. Und da ist... Oh, oh, oh. Bereits. Pssst. Pssst. Oh Gott. Ist das schön. Ähm. Ähm. Ehrlich, oder? Wir haben uns gerade noch gefreut, dass der so schnell down ging. Vielleicht deswegen, weil wir jetzt gegen 5 oder 6 davon kämpfen müssen. 50? Wir müssen irgendwie... Wir brauchen eine Taktik, Leute. Was sind denn hier? Voll drauf. Ach, du Scheiße. Oh, Ushie. Ich hab das gesprochen. Ich glaube auch. Oh, ich hab's nicht verstanden. Nee, ich glaube, das hat man auch nicht verstanden. Ich glaube, es war Ufta, Ufta, Antata. Oh, du Scheiße. Wir müssen echt gegen alle kämpfen. Ich fass es nicht. Rechts Fokus. Rechts Fokus. Rechts Fokus. Da den Fokus. Ja. So, dann... Dann in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Wir müssen fokussen, Leute. Ja, 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 ja. Da ist einer zum Fokussen. Ja, da ist einer ohne Rüstung hier vorne. Da, und dann der mittlere dann gleich. Ja, die stehen halt jetzt so gut auf einem Haufen. Da kann ich einfach nur in den Haufen rein. Emo, Emo, dann kommst du mal kurz dann heilen. Ja, ich... Alter. Das ist ja richtig übel. Wow. Ja. Krass. Läuft. Easy. Läuft bei uns. Das ist bestimmt nicht der Einzige. Komm, ich bin noch mal. Die nächste Wave, genau. Okay, da ist der Gegner. Da ist der Antros. Okay, Rüstung geht gar nicht. Ah, der ist voll schnell. Oh, ich glaube, da müssen wir drüber hüpfen. Der ist davon sich berühren. Der stand da. Und, der wacht. Emo, Emo, Emo. Oh, guck mal, was ich gerufen hab. Aber wirklich... Schade, aber dass der so schnell kaputt ging. Oh, wie kriegen wir den... Ah, jetzt ist die Ozone down. Jetzt ist down? Ja. Ich glaube, wir müssen... Hau drauf, haut drauf, Leute. Wenn der so Strahlmachniveau hinter bei Versteckten, glaube ich. So, eure Geister rauf, wenn ihr könnt. Oh nein. Keine Geister. Hab ich, ist schon drauf. Jetzt ist so, hast du wieder voll... Na, oh! Crow, kannst du heilen? Ja, ja, komm, steck auf, steck auf. Ah, schick zu früh. Oh Gott. Alter, der hat mich fast One-Hit gemacht. Der Lumpf will mich. Lädt gleich. Der Lumpf will mich. Der will dich nicht. Aber die Rüstung ist gebraucht. Vorsicht! Crow, wenn du wieder heilen kannst, hast du bescheu... Okay. Weg hier direkt. Erstmal direkt weg. Achtung, da spawnt was Neues? Oh, hier kommen Eisdinger. Oh nein. Oh Gott, was ist das? Ich bin fast auf... Nein! Crow, Crow, Crow. Warte mal, ich komme mal, ich komme mal, komme mal. Geh weg, geh weg, Crow. Oh, danke schön. Oh, hier müssen wir nicht lernen. Ich bin aufsteig, der steckt auf, ich steig. Oh, da sind wir... Oh nein, was sind da denn jetzt alles für Viecher? Erstmal den Dicken bitte fokussen, Leute. Ja, komm, geht auf, wir den machen mal mit... Ja, 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 ja. Boah, wir machen auch ordentlich damage da. Genau. Denkt dran, eure Geister wieder umzusenden, wenn die... Wenn gleich jemanden kaputt haben. Ich bin auch da. Scheiße, Leute, scheiße, scheiße! Mach sie weg! Ich versuche rauszulaufen. Oh, alter schwer. Ich glaube, wir dürfen nicht in dieser Arena sein, oh Gott. Da wäre wahrscheinlich ein bisschen Rückzug besser, ne? Oh, Karin, pass auf. Ich habe keine, ich habe keine... Ach, scheiße, das war doch. Ach, scheiße, ne, ich bin leider keinen Schritt weit gekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Crow, bleib hier, bleib hier, Crow. Ja, ja, ja. Oh nein! Oh nein, es geht nicht. Oh, ich habe auch keine Ausdauer, habe ich das Gefühl. Ja, und die sind echt schnell. Er klebt an mir dran, da, der eine Geister. Ach, scheiße, das war's. Ja, ich stehe jetzt auch wieder mitten. Oh nein, 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 so schnell gehen wir nicht auf hier. Knob, tu es. Ich versuche mal, oben auf die Galerie zu kraxeln, oder? Also zu... Meinst du, das ist ein Pilzer? Nee, aber dann bin ich ein bisschen weg aus der Riesenhorde. Ja, das wäre voll die Idee. Das Problem ist, es sind alle hinter ihm her, ne? Vielleicht ist es besser, versteckt euch hinter dieser Lore da oder so, dass er sich ein bisschen... Dreh dich doch mal. Scheiße, rennt. Rennt beide. Warte mal, ich geh mal, ich geh mal, ich geh mal hier weg. Ich geh mal, ich geh mal hier weg. Nein, oh, jetzt lieg ich. Oh nein. Gott, jetzt sind alle down. Und es gibt keine Pilze, oder? Weil ich habe... Nee. Ich vertrage nur einen einzigen Schlag. Das heißt, es wird echt fies. Versucht mal, auf die Galerie zu kommen. Ja, ich bin schon dabei. Aber mein Schnippel ist hier auf dem Boden. Dankeschön. Warte. Ja, das war's. Fuck. Mein Schnippel war auf dem Boden, der schleift und hin. Das erinnert mich am Vorhörer. Nein, 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 nein. Er hat zu langsam wieder weitergelaufen. Oh nein. Leute, war das geil. War das fucking awesome. Und die nächste 20 Minuten Folge. Ja, aber wirklich. Guckt euch das mal an. Oh, wir starten mit 130. Oh. Oh, wow. Wir haben alle Level. Richtig nice. Ey, das ist richtig gut. So weit waren wir noch nie. Das ist Highlight. Und das in Folge 13. Als ob das ein... Das war der Endgegner. Das war der Endgegner. Exterminer. Ich hab... Och, Leute. Sag mal, arbeitet ihr auch mal mit? Ups. Ja, hallo. Ich war hier nur Tank. Oh, da ist wieder der Thorsten. Du hast... Oh, Emo. Na, okay, gut. 80.000 Damage. Und du erzählst, dass du keine so tolle Waffe hast und deswegen so viel Geld brauchst. Naja. Du hast erst eine bekommen. Der Emo hat mich überholt am Ende noch. Nice, ey. Ich sag ja, ich hab hier schön getankt. Hot in here. Gut durch Umgebung. Ja, hier. Eating Contest. Alter. Paukerin, wir sind gut. Hey. Ey, ist das ein neues Hintergrundlied? Das können wir. Jetzt ist ne geil. Ist das ein neues Hintergrundlied? Nee. Steady Aim. Sehr schön. Ja gut. Ich würde sagen, das war's, oder? Ja. Mal gucken. Loot gestohlen. Ja, das möchte ich noch einmal sehen hier. Wenn wir schon so weit sind, dann... Das war vollkommen klar. Das muss man schon... Das ist sicher gar gar nicht so schlimm. Und in der nächsten Runde, da werden wir es schaffen. Natürlich. Hoffs doch mal. Unglaublich. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Auf jeden Fall. Kapitalist. Ah ja. Ausgedehen. Gut, unbezahlte Statistiken. Okay. War mit ein bisschen komische Statistiken. Voll süß. War mit viel gekeilt. War echt gut. Alter, Spielzeit, wie lange hängen wir... Stunde 20. Alter. Na ja, vom Folgen halt. Ja dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Wirklich vielen lieben Dank. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Müsst auf jeden Fall einschalten, weil da werden wir es einfach mal durchspielen. In unter einer Stunde. Genau. Ja, genau. Alles klar. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke. Ciao. Und... Tschüss. Tschüss. Tschüss.